Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Kirby und das morgische Garn Part 3 des Training. Ich habe mitten in einer Mission aufgehört. Und das Netz ist nach Novena. Und jetzt habe ich mich treffen lassen. Jetzt habe ich noch 18 Sekunden. Jetzt habe ich noch 10. Das wird knapp, aber... Oh, Mann. Nein, du schaffst wieder nicht, du Ruhest. Nein, jetzt versucht weniger zu. Nein, wir versuchen jetzt. Wirklich? Was ist denn los heute? Ich darf nicht aufnehmen. Ich muss meine Stimme schon. Nein, Marc, du hast es dir heute versprochen. So, machen wir weiter mit Kirby. Oh, Mann. Ja. Nein, nein. Ja. Den haben wir schon gekriegt, ganz erst. Oh, die Zeit ist jetzt schon. Oh. Gatte 21 Sekunden. So, geschafft. Haben wir noch ein Trainings-Part? Ja, wir haben noch eine Trainings-Liebe. Ich freue mich. Gotcha, ich freue mich, Leute. Nein, diese Tapete hast du nicht in deinem Hintergrund. Nein, die haben wir nicht im Laden. Wolkenpalast. Warum Wolkenpalast? Ich sehe schon das Tod. Ich sehe den Tod schon kommen. 70 Gegner in einer Minute 10. Ja. Okay, machen wir jetzt das, Alter. Einfach mal, Alter. Das war scheiße. Einfach aufknallen. Einfach alles aufknallen. Ich lasse mich auch treffen. Okay, das ist was. Okay. Ja, das treffen die verschuldeten. Ich hätte mich nicht treffen lassen dürfen. So, Leute. Das ist die Schwierigkeit. Das ist auch, glaube ich, der letzte Part. Wenn ich das so weiß. Ich glaube, das ist sogar der letzte. Also, ihr wisst, nicht treffen lassen. Ich lasse mich auch nicht treffen. Ah, mach ja. So, jetzt haben wir schon 16. Okay. Zeit ist gut. Sehr gut, sogar. 5 Sekunden hatte ich sogar über. Geschafft. Leute, ich nehme mal noch einen Schluck. Jetzt geht es mir noch ein bisschen besser. Oh, die Krippen. Stoff. Also, Tapete. So, was? Neues Stück. Seltsam, aber halt. Ich habe schon so eine... Ich habe so eine Ahnung schon. Eine Minute soll ich 30 Gegner machen. Und zwar, die Musik ist geil. Einmal ist das. Das kostet mich keine Zeit. Ich kann die ganze Zeit hier stehen bleiben. das ist ja das Schiff Ah Ah Einmal ist das Noch fünf Sekunden Nein Das kostet mich fünf Sekunden Scheiße Das hat mich jetzt fünf Sekunden Jetzt hab ich schon auf Nein, ich bleib hier hängen Scheiße Saug Ja geschafft Ja Bleib hier dagegen Das ist doch kacke Hat noch ein paar Das ist doch heute doch kacke Aha Neue Tapete Von Gora Hm Ja, wir machen Tine Bitte halt Konkurrenz und brauchen die Hütte Soll ich jetzt lachen oder so? Weil ich weiß da ganz genau wo alle Gegner sind Ah mein mein Hals Ich Ich Ja, für jeden Gegner Zehn Sekunden Zeit Perfekt Ja 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 Warum sage ich denn nichts Perfekt? Ja, vielleicht Ja 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 Ich Ja 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 Wir machen, das ist ja nicht Ja Ja Ich wollte die, ja, jetzt soll ich mal alles sagen, alle, kräftige Arme, ja, jetzt soll ich wieder aufstehen. Jetzt noch mal wieder zwei, und das ist hier. So, und das war doch auch das letzte, was man auch musste. Leute, wie viele Trainingsparts brauche ich denn noch? Ich bin noch gut genug. Oder Leute, seid ihr nicht meiner Meinung? Fein, und wieder ein neues Tapetestück. Alter, macht Platz. Oh, nein. Ich sehe es. 20 Stück hat er auf. 20 Gegner innerhalb von 1 Minute zu drücken. Einfach mal wie ein Scheiß. Ach. 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 Das war's für heute. Noch genau! Genau hier! Noch 4! Noch 4! Oh verdammt! Noch 4! Nein, in einer Millisekunde, eine Millisekunde, eine, eine, eine Millisekunde hätte gereicht. Scheiße, da muss man echt Glück haben. Wir versuchen es. Gute 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 Das war's für heute. HURT! 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 Ha! HURT! So, geschafft! Tote das! Geschafft! Noch ein Part! Ja, noch ein Part, wahrscheinlich Twinnikspart 2 4 Nein, wir machen noch schnell dieses hier. Komm, Alter, mach hin. Ja, tolle Tapete. Wow, ich bin voll begeistert davon. Wow, ich kaufe sie mir, wenn sie auch nicht mehr im Lager ist. Ich will sie haben. 20 gegen 1, eine Minute 20. Das kriegen wir hin. Oder Leute, wir schlagen jetzt zu. Komm, Junge, mach hin. 1. 5. 5. Ja. 5. 5. 5. 6. 7. Scheiße, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Nein, das kostet Zeit. Nein, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Noch einer, komm Junge, noch einer. Wo ist es mit? Ja, Ruhe. Ja, wir sind ja geschafft. Komm, noch ein neuer. Ja, Glück gehabt. Ich wollte jetzt schon beenden, Schippert. Wir haben TdW-Tler genug Konkurrenz angeboten. Okay, wir sind in der Handwirtschaft sehr gut. Oh, die DDE. Nee, warte. Ja, geschafft. Puh, Hauf ab. Müssen wir noch einmal? 20 vor 20. Da sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ein Mini-Spielpart. Bis dann, schau.